Rosalie wollte dir einfach so eine Freude machen. Mit Grabblumen. Okay, Lilian, das war vielleicht ein bisschen gedankenlos. Ich glaube, taktlos passt besser. Ich weiß, dass ich im Moment sehr sensibel reagiere, aber als sie da vor mir stand, so schön, so gesund, und mir zu verstehen gab, dass ich mich hängen lasse, da... Also, sie wollte dich bestimmt nicht kränken. Sie geht mir einfach auf die Nerven. Ein Elefant im Porzellan, da ist nichts dagegen. Na, so schlimm ist es nur auch nicht. Vielleicht ist es besser, wenn sie dich erst mal nicht mehr besucht. Ich werde es dir erklären. Danke. Ich habe immer keine Kraft übrig für sowas. Wenn Rosalie in Sachen Feingefühle ein bisschen mehr von Emma hätte, wäre das gar nicht passiert. Die beiden Schwestern sind so unterschiedlich, das ist wie Tag und Nacht mit ihren Stärken und Schwächen. Hat Rosalie überhaupt Stärken? Woher? Im Ernst. Felix, wenn du mal ganz ehrlich zu dir wärst, dann... ... dann müsste dir eigentlich klar sein, dass du mit der falschen Schwester zusammen bist. Oder nicht? Hm? Ja.